Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier bei Plants vs. Zombies Teil 2. Ich probiere hier noch die zweite Pinata mal aus. Mal sehen, was uns hier entsprechend erwartet. Und wir bekommen hier richtig starken. Und wir müssen sie probieren so zum lösen. Okay. Mit dem warte ich noch. Wo der kommt? Okay, der kommt hier. Der kommt hier. Da bräuchten wir natürlich auch ein bisschen noch einen stärkeren. Der kommt auch auf der 4. Da unten kommt noch mal einer auf der 5. Ähm. Den bauen wir auch hier unten hin. So, wo kommen die anderen? Oh, jetzt kommt hier eine Riesenmenge. Die sollten wir hier hinsetzen. Und dann sollten wir eigentlich dort oben auf der 1 auch noch einen hinsetzen, oder? Okay, der wurde schon geköpft. Das sieht gut aus, aber jetzt würde ich hier mal einmal einsetzen. Und der bekommt ein AZ. Ähm. Was kommt da? Ein... Ein Klavier? Oh, das ist echt krass. Was hier an Schaden auf 1 Grad einfällt. Ich probiere es hier noch einmal. Okay, ich befürchte die oberste Lame. Die haben wir nicht. Klavieri müssen wir leider zerstören. Okay, den haben wir... Den habe ich leider so machen müssen. Den hier kriegen wir noch. Aber da würde ich gerne den so noch ein bisschen erledigen. Kriegen wir den noch irgendwie weg? Na, ganz klasse. Okay, 3 von 5 haben wir zumindest mal geschafft. Aber damit dürfen wir 3 Pinatas hier öffnen. 5 Edelsteine. Wow. Hat sich gelohnt. Ah, da wäre das Geschenk drin gewesen. Aber mit 5 kann ich mich auch nicht beschweren. Das war die Pinata Party 2. Morgen geht es dann weiter. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen zur nächsten Pinata Party. Bis dann. Tschüss.